Vor langer Zeit saß Hagazusa auf einem Zaun am Rand des Dorfes. Sie saß da, baumelte mit den Beinen, schaute ins Dorf, schaute in den Wald. Immer wenn die Dorfbewohner sie sahen, jagten sie sie davon. Aber sie kam immer wieder, und langsam änderte sie ihre Gestalt. Sie wurde durchsichtiger, und als man sie kaum noch sehen konnte, gelangte sie unbemerkt auf die Dächer und in die Keller der Häuser. Nur ein Schatten von ihr war noch zu sehen, an der Schwelle zwischen Tag und Nacht. Sie kam viel herum und wusste viele Geschichten zu erzählen. So erzählte sie einmal von den Menschen in einem kleinen Städtchen am Brut, die sehr stolz waren auf ihre eiserne Brücke, die von einem Ufer des Flusses zum anderen führte. Trotzdem träumten sie von einer zweiten Brücke. Es würde eine Brücke sein, die nicht aus Eisen wäre, auch nicht aus Stein oder aus Holz. Nein, aus Papier, aus Zigarettenpapier. Eine Brücke aus Zigarettenpapier. Darüber werden die Zweifler, die Stolzen, die Ungläubigen natürlich lachen und wie immer die eiserne Brücke benutzen. Das werden sie tun und werden mit ihr ins Wasser stürzen und ertrinken. Die anderen aber werden nicht zögern und sich nicht fürchten. Singend werden sie über die Papier eine Brücke ins Leben hinüberziehen. Die Stolzen der Stolzen der Stolzen des Flusses Oh, ich nirazwürdig, da nehmu, Schalba, ostań.